Das ist ein Problem im Riesentorlauf. Jetzt ist er da angefahren, russisch, sprung top links, schau, er war leicht zu direkt. Aber eh, und das ist der Ausfall? Das war schon zu direkt. 25 Fahrsekunden hat es gedauert, im Riesentorlauf für den Penny, das ist bitter. Was ist passiert? Gib den aus. Von hinten siehst du das da nicht, er war zu direkt, hat probiert über den Außenski noch nachzukorrigieren, aber durch den Übergang verlierst du leicht ein bisschen den Bodenkontakt, durch das hat er den Schwung nicht mehr zuziehen können nachher. Und genau das spricht für die Charakteristik vom heutigen Lauf, also der hat einige Dücken drin und eins ist gewiss, du musst mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen oben reinfahren, sonst hast du da keine Chance. Das hat der Penny gemacht, aber leider zu direkt.